Ich mag die Doppel-Sprung. Kann ich dich gerade mit dem Ding erschlagen, ehrlich? Das ist aber auch einfach so'n schönes Pferd. Doch, ich spüre Schmerzen. Nein, der schießt auf mich. Boah, so gut. Verlass mich hier vorrichtig. Auf mich? Ja, da bist du verlassen. Mach die Tatsch! Mach die Tatsch! Mach die Tatsch! Puh! Schütze Brohangs! Gloobie! Uh oh, Zerky. Kann ich euch den Weg zeigen? Dann geh vor. Oh, sehr schön. Oh Leute. Wie sieht echt klasse aus. Ja, man könnte sich jetzt beschweren, dass es ein bisschen detailreicher sein könnte. Aber ich... Mach schon! Ja! Super! Super! Oh! Und dieser Flug. Ja, mit dem Habicht ist es, glaube ich, ne? Ja, ich würde sagen, es ist ein Habicht. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Vögeln aus. Also mit den Tieren. Deswegen, äh... Ich würde sagen, es ist ein Habicht. Aber ein unheimlich schönes Tier. Und ein super Flug. Oh mein Gott, und die erinnert mich total an eine Arbeitskollegin. Ja, komm, los. Zieh mich hoch. Oh, guck mal. Jau! Oh! Hübsche Fische, so wie du. Geh die ins Wunderland. Hat ihre Familie nicht gebt. Herr Schmerz! Wer denn ist Möck? Kyll! Wie geht's mit seinen nowmen Land an Shout��. Der Mensch mit Sä음. Ichrywier- HIM을 an den fåtten Sämen.